Die Praxiologie, auch Handlungslogik, ist eine Wissenschaft, welche über deduktive Ansätze, also allgemein gültige Annahmen, wahre Aussagen zu menschlichem Handeln herleitet. Sie wurde maßgeblich durch Ludwig von Mises entwickelt und ausgearbeitet, der sie insbesondere auf ökonomische Fragestellungen anwandte. Die Praxiologie fußt auf mehreren Axiomen, also zugrunde liegenden Annahmen, mit denen die Auswirkungen menschlicher Handlungen a priori untersucht werden können. A priori Aussagen leiten sich allein durch logische Schlüsse her und sind unabhängig von Experimenten und Erfahrungen. Das wichtigste Axiom, das Handlungsaxiom, lautet Menschen handeln und nutzen dabei knappe Güter, um Ziele zu erreichen. Diese Aussage kann nicht verneint werden, denn die Verneinung des Axioms wäre eine Handlung. Ein knappes Gut, welches Teil jeder Handlung ist, ist die Zeit. Aufbauend auf den Axiomen können die Vorteile von Kooperation und freiwilligem Austausch, die Preisbildung, Zinsen und andere Marktphänomene durch logisch unwiderlegbare Argumentationsketten hergeleitet werden. Die Praxiologie ist eine deduktive Wissenschaft. Sie verzichtet auf Experimente, Beobachtungen und andere empirische Vorgehensweisen. Damit ähnelt sie mehr der Mathematik und der Logik und unterscheidet sich von den Naturwissenschaften, die zum Erkenntnisgewinn auf die Durchführung von Experimenten setzen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Menschen sich, anders als Atome, Moleküle bzw. unbelebte Materie, in den gleichen Situationen völlig unterschiedlich verhalten können. Menschen sind keine Roboter, die nur auf äußere Reize reagieren. Ihre Bedürfnisse können sich je nach Tagesform ändern und sie sind lernfähig. Deshalb können empirische Untersuchungen menschlicher Handlungen, also die Erhebung und Auswertung von Statistiken, keine Aussagen über das Verhalten von Menschen in ähnlichen zukünftigen Situationen machen. Die Behauptungen und Theorien der empirischen Sozialforschung, zu denen auch große Teile der Mainstream-Ökonomik gehören, können also angezweifelt werden. Dennoch gibt es, vergleichbar mit den Naturgesetzen, Gesetze menschlichen Handelns, die beachtet werden müssen, wenn man erfolgreich sein möchte, also die Handlungen zu den erwünschten Zielen führen sollen. Die Praxeologie ist wertfrei und macht keine Aussagen zu subjektiven Vorlieben oder erwünschtem Verhalten. Menschen handeln, wenn sie Missstände oder Mangel beseitigen wollen. Sie wollen von einem unbefriedigenden Zustand zu einem Zustand höherer Befriedigung gelangen. Ob die entsprechenden Handlungen in der Lage sind, die gewünschten Ziele zu erreichen, ist Gegenstand der Praxeologie. Individuelle Werturteile, Motive und Ziele haben keinen Einfluss auf den Wahrheitsgehalt praxeologischer Erkenntnisse. Allein die durchgeführten Handlungen, die verwendeten Mittel und Wege, sind Gegenstand der Handlungslogik. Sich über physikalische Gesetze hinwegsetzen zu wollen, würde von den meisten Menschen zu Recht als verrückt bezeichnet werden. Die Missachtung praxeologischer Gesetze ist hingegen durchaus üblich. Oft mit fatalen Folgen. Die Praxeologie zeigt auf, warum nahezu alle politischen Maßnahmen nicht das halten können, was sie versprechen. Dennoch werden ihre Erkenntnisse im herrschenden Diskurs gerne ignoriert und die Schuld für Misserfolge auf andere Ursachen zurückgeführt als auf die Verletzung ökonomischer Gesetze. Vielen Dank. Vielen Dank.